Red Bull, Mercedes, Ferrari, das Podium in Austin, ist das auch ein WM-Dreikampf für 2023? Genau darüber haben wir mal im Formel 1 Podcast Starting Grid gesprochen. Und gerade wenn es um diese Entwicklung geht, die Mercedes jetzt gerade nimmt, speist sich in mir eine Hoffnung, dass wir nächstes Jahr tatsächlich vielleicht sogar einen Dreikampf kriegen können. Weil Red Bull muss nicht viel verändern, Ferrari muss die Konstanz finden und Mercedes muss wieder, sag ich mal, ein Auto hinstellen, was wirklich funktioniert und dann spricht ja schon fast alles dafür, dass es nächstes Jahr richtig spannend sein könnte zwischen den drei Teams. Also wie du schon sagst, nicht Hellseher, sondern Gegenwartsberichterstatter. Ich tue mir immer schwer mit Prognosen, aber ich lasse mich gerne auf das Spielchen ein. Ich halte es durchaus für möglich, dass wir nächstes Jahr einen Dreikampf erleben werden. Vor allem gehe ich davon aus, dass sich Red Bull sehr viel schwerer tun wird, als dieses Jahr die Position 1 zu halten, aus zwei Gründen. Erstens, sie werden dieses Jahr Konstrukteursweltmeister werden. Das heißt, es gibt ja diese Handicap-Regel in der Formel 1, die da heißt, der Erste in der Konstrukteursweltmeister kriegt die wenigsten Windkanalstunden, darf am wenigsten CFD-Simulationen betreiben, der Zweite darf schon ein bisschen mehr, der Dritte darf noch mal mehr und so weiter und so fort. Jetzt kam Mercedes im ersten Halbjahr für die Konstrukteursweltmeister 2021, war Mercedes im ersten Halbjahr ja noch in der Position, dass sie die wenigsten Ressourcen da hatten. Seit 1. Juli 2022 hat Red Bull als Führer in der Konstrukteursweltmeister und auch als Weltmeister bis zumindest Mitte nächsten Jahres die wenigsten Ressourcen zur Verfügung. Ich glaube, Mercedes auf Platz 3, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, Toto Wolf hat gestern gesagt, 14 oder 17 Prozent mehr. Also das ist nicht nichts. Und laut Toto Wolf, ich kann das nur nachplappern, was er gesagt hat, kann das schon das Äquivalent von ein, zwei Zehntel Rundenzeit ungefähr ausmachen. Wobei das natürlich schwierig zu definieren ist, weil selbst wenn du mehr Entwicklungszeit hast, die Entwicklungen, die du in der Zeit machst, müssen ja auch greifen. Das heißt nicht, dass jede Entwicklung automatisch eine Verbesserung darstellt. Aber wollen wir es jetzt nicht zu philosophisch anlegen, da wird Red Bull von Haus aus mal im Nachteil sein. Und ich gehe davon aus, das wissen wir Stand heute natürlich nicht, aber ich gehe davon aus, dass Red Bull, was den Budgetstreit betrifft, mit einem empfindlichen Urteil zu rechnen hat, dass sie für die Zukunft hart, hart, hart treffen wird. Ich finde das auch richtig. Aber ich glaube schon, dass die da, also nicht dürfen sie weniger Geld ausgeben, kriegen sie weniger Windkanalstunden, wird irgendwie das Testen beschränkt, wie auch immer. Aber ich bin mir fast sicher, dass es eine Sanktion geben wird, die sie in der technischen Weiterentwicklung beschränken wird. Und von daher kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass für Red Bull da eine schwierige Übergangsphase bevorsteht, was dieses Urteil und den Rückfall auf die undankbarste Position laut Handicap-Tabelle betrifft. Wenn wir dann jetzt noch dieses dritte Team mit reinnehmen, Sophie, Ferrari, die ja grundsätzlich eine gute Basis präsentiert haben zu Beginn der Saison, aber diese Basis ja nicht weiterentwickelt haben oder in die falsche Richtung entwickelt haben. Also man hat es jetzt auch wieder in Austin gesehen, im Kurvengeschlängel, in den engen Kurven, da waren sie ganz gut, da wo sie auch Traktion brauchen, aber auf den langen Geraden verlieren sie halt unheimlich viel an Speed, was ja eigentlich schon mal anders war. Da galt der Ferrari-Motor als das stärkste Aggregat im Feld. Da gab es dann diese Ölgeschichte vor einigen Jahren, aber auch zu Beginn der Saison dachte man, oh, der Ferrari-Motor, der läuft ja ziemlich gut. Wie schätzt du denn die generelle Entwicklung auch mit Hinblick aufs nächste Jahr bei Ferrari ein? Hast du das Gefühl, die nehmen jetzt die Learnings schon mit und können sie auch dann umsetzen fürs nächste Jahr? Oder hast du wenig Vertrauen in Ferrari, was diese Weiterentwicklung angeht? Für mich ist Ferrari echt auch in der Tat das größte Fragezeichen. Also gut, bei Red Bull muss man echt noch abwarten, wie es dann aussieht nachher mit den Strafen, die sie gegebenenfalls auch erwarten. Aber ansonsten bin ich bei Ferrari echt sehr gespannt, gerade weil man eben in diesem Jahr wieder gesehen hat, dass sie im Entwicklungskampf halt oft dann doch nicht so mithalten können. Ja, was die Motor angeht, gut, haben sie sich da schon gut aus einem Loch gekämpft natürlich, wenn man jetzt an 2020 zurückdenkt. Von daher eigentlich bin ich da ganz beeindruckt, dass sie das so gut wieder hinbekommen haben. Aber man muss natürlich auch sagen, der Motor ist jetzt eingefroren für eine doch längere Zeit. Von daher, was die Performance angeht, wird man da jetzt nicht viel mehr ändern können. Gut, Zuverlässigkeit gab es jetzt in den letzten Rennen jetzt nicht so viel. Aber wir ändern uns natürlich noch an Rennen der Saison, wo das durchaus ein großes Thema war. Das heißt, da kann man ja aber noch nachbessern. Das ist ja weiterhin erlaubt. Von daher kann man da dann vielleicht auch ein paar Punkte holen, die jetzt in diesem Jahr dann flöten gegangen sind. Aber an sich bleibt bei Ferrari natürlich immer so ein kleiner Zweifel im Hinterkopf. Ich hoffe doch sehr, dass sie aus den Fehlern in diesem Jahr lernen und was mitnehmen können. Jetzt gerade in Austin kann man sagen, da war die Strategie eigentlich auch ganz gut. Aber das ist natürlich, das musst du auf lange Sicht sehen und nicht auf ein Rennen beschränkt. Ja, aber das wäre natürlich schon ein sehr schlechtes Zeichen, wenn sie das nicht in den Griff bekommen. Nach den ganzen Fallbeispielen, die sie jetzt in diesem Jahr hatten, da wird man sich, glaube ich, über den Winter schon ordentlich Gedanken machen, weil das kann man sich auf keinen Fall erlauben im kommenden Jahr. Aber ja, ich bin gespannt, was dann die Reifen-Thematik angeht mit der Reifenabunzung, was ja jetzt auch wieder ein Problem war im gesamten Zeitraum seit der Sommerpause. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt sich nicht mit ins nächste Jahr überträgt. Aber schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Gerade weil die ja auch ein anderes Konzept haben als Red Bull und dann eventuell auch Mercedes, was auch immer die im nächsten Jahr dann machen. Aber in der Tat, großes Fragezeichen, wobei ich die Fahrer ja doch sehr konkurrenzfähig sehe. So rein von der Fahrerpaarung her, würde ich sagen, wäre das ein sehr guter und sehr guter Dreikampf auf Augenhöhe auch. Gefällt euch das, was ihr seht und hört? Dann lasst uns doch gerne ein Abo da und einen Daumen hoch für dieses Video. Lass uns mal bei dieser Autophilosophie bleiben von Mercedes, Christian. Tote Wolf hat sich an diesem Wochenende erstmals ein bisschen deutlicher geäußert. Du kennst Tote Wolf jetzt schon etwas länger, nicht super, super gut, aber du kannst es vielleicht ein bisschen besser einschätzen, wie seine Äußerungen zu werten sind. Sieht man das Design, was man für dieses Jahr gesehen hat, als in Anführungsstrichen gescheitert an? Und glaubst du, man wird da was Signifikantes anfassen an diesem Design? Oder glaubst du, man wird halt eher schauen, dass man dieses so weiterentwickelt, weil man doch überzeugt davon ist, dass das erfolgsversprechend sein kann? Wie schätzt du diese Äußerungen vom Wochenende ein? Ja, also ich fand, er war da zum ersten Mal wirklich sehr klar in dieser Saison und hat gesagt, okay, wir werden uns verabschieden von diesem technischen Konzept. Was, glaube ich, aber wichtig ist, und das hat er auch selbst betont, ist, weil dieses Design wird ja oft reduziert auf dieses Zero-Pod-Konzept, was man von außen halt sieht. Das Grundkonzept eines Formel-1-Autos ist ja unter der Haube, was da eigentlich stattfindet. Zum Beispiel, wie die Radaufhängung designt ist oder die Anordnung zum Beispiel der Power-Unit-Komponenten, wie kompakt ist das Packaging und so weiter. Die aerodynamische Hülle drumherum, die spielt zwar eine sehr, sehr große Rolle, ist aber nicht das, was man landläufig mit dem technischen Grundkonzept meint. Und Toto Wolf hat das auch ausdrücklich betont. Ja, wir werden unser Konzept komplett über den Haufen werfen, aber das heißt nicht, dass das Auto von außen anders aussehen wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Seitenkästen zum Beispiel ähnlich sein werden, da müssen wir uns auch ein bisschen überraschen lassen. Was ich auch noch sehr spannend fand an seinen Aussagen, am Sonntagabend, glaube ich, war das noch. Der habe ich, glaube ich, zum Zeitpunkt unseres Livestreams noch gar nicht gekannt, Kevin. Wir fassen ja jeden Abend an dem Formel-1-Wochenenden auf dem YouTube-Kanal von Formel-1 so ein bisschen zusammen, was in der Formel-1 gesagt wird. Aber was Toto Wolf auch noch gesagt hat, ist, dass man inzwischen sehr gut tracken kann, wo man in der Entwicklung falsch abgebogen ist, sodass diese Saison nicht so erfolgreich verlaufen ist, obwohl die Windkanaldaten mit diesem Zero-Pod, was die reine Aerodynamik betrifft, ja sehr vielversprechende sind. Nach wie vor hören wir immer noch von den Mercedes-Ingenieuren. Und da sagt er, ohne genau zu verraten, welche das war, aber dass man es zurückführen kann inzwischen auf eine einzige Entwicklungsentscheidung im Oktober des vergangenen Jahres, wo man wohl in die falsche Richtung mit eingeschlagen hat. Und jetzt hätte man in den vergangenen Jahren wahrscheinlich, wäre man sowas sehr schnell auf die Spur gekommen, weil du gehst halt testen oder nutzt Ressourcen, CFD unlimitiert. Jetzt sind wir ja in einer Situation, wo du einen Budget-Cap hast. Du kannst nicht unendlich viel Geld, unendlich viele Ressourcen draufwerfen, um ein Problem ausfindig zu machen, sondern wenn du es nicht findest, du weißt, du kannst nicht mehr Geld ausgeben, sonst wirst du bestraft. Hier Diskussion bei Red Bull. Und dann schleppst du sowas halt ewig lang mit, dass ich es rauskriege. Und das ist die Situation. Also ich glaube, Mercedes hat möglicherweise gerade noch rechtzeitig für das nächstjährige technische Konzept erkannt, wo man falsch abgebogen ist. Und sie werden das umkrempeln. Da hat man ja lange, lange hin und her gesprochen. Ich habe Toto Wolff die Frage im Verlauf dieses Jahres ein paar Mal gestellt. Sag mal Toto, in Barcelona war es, glaube ich, zum ersten Mal. Jetzt müsst ihr euch langsam entscheiden, in welche Richtung geht ihr. Weil so April, Mai, man glaubt ja immer, über den Winter werden die neuen Autos gebaut. Das ist ja kompletter Quark. Ich glaube, heute ist ja dieses Auto fast fertig. Die ersten Züge werden wahrscheinlich schon im Jahr 2021 noch gelegt dafür. Anfang 2022, wenn man testen geht mit dem W13, dann weiß man schon relativ klar, in welche Richtung es mit dem nächsten Jahr im Projekt geht. Und dann geht es noch so, bis ich sage mal Mai, wo dann wirklich erste Sachen eingeloggt werden und man die schon klar macht. Das heißt, jetzt sind wir schon sehr spät eigentlich dran. Und das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Wenn Mercedes wirklich diese Entscheidung jetzt erst getroffen hat, was ich aber nicht glaube, ich glaube, die haben es uns noch nicht gesagt, dass sie schon viel früher Bescheid wussten, dann wäre es relativ spät. Aber auf jeden Fall, Mercedes voraussichtlich mit einem neuen technischen Konzept. Aber again, muss nicht heißen, dass das Auto fundamental anders aussehen wird. Wenn ihr die gesamte Podcast-Ausgabe hören wollt mit vielen weiteren Themen rund um den großen Preis der USA, dann folgt auch dem Link in der Videobeschreibung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017